Oh, ein Hund! Süß! Aber als Weihnachtsgeschenk keine gute Idee. Ein Haustier unterm Weihnachtsbaum, das wünschen sich richtig viele, oder? Tierschützer raten allerdings dringend davon ab, warum das so ist. Darum geht's heute bei uns. Der Rat der Tierschützer hat mit der Situation in vielen Tierheimen zu tun. Eins davon besuche ich heute in Köln. Hier leben mehr als 300 tierische Bewohner. Sie zu versorgen, dabei helfe ich heute Leonie. Sie macht eine Ausbildung zur Tierpflegerin. Schön, dich zu sehen. Du bist schon ready, ne? Ja, voll. Wir können direkt loslegen. Womit? Mit Zwingersauber machen. Wir starten bei den Chihuahuas Nacho und Salsa. Ja. Den Eimer, den kannst du mir einmal gerade geben. Ja. Und dann kommen wir auch rein. Damit schaufeln wir den Kot auf. Kacke aufsammeln. Kann ich. Keine Kompetenz. Während die beiden hier chillen, geht's für mich weiter mit Ausspritzen und Schrubben. Boah, ist aber schon auch körperliche Arbeit, ne? Wie viele Zwinger schrubbst du am Tag? Ungefähr zehn. Oder auch mehr. Boah, danach ist man aber auch richtig kaum, ne? Ja. Und danach geht der Tag ja noch weiter. Ich könnte ja nicht heimgehen. Ach ja, klar. Ist ja noch eine zweite Hütte. Der Room Service ist gleich durch. Da habt ihr eure Bude wieder ganz vor euch. Alles blitzeblank. Jetzt wird die Hütte wieder zur Kuschelhöhle. Und ich hab's geschafft. Sieht's schon ganz gut aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich hab jetzt auch lange gebraucht für diesen Zwinger, ne? Ein bisschen, ja. Kostet schon viel Zeit, ne? Ja, definitiv. Und hier sind ja jede Menge Zwinger, ne? Also wie viele Hunde habt ihr hier aktuell? Ungefähr 40 bis 50. Wir haben noch ein, zwei Zwinger immer frei für Notfälle. Aber ja, ansonsten ist es voll. Wie Tiere im Heim landen, ist unterschiedlich. Wurden sie von ihren Besitzern ausgesetzt, müssen Heime sie als Fundtiere aufnehmen. Sie gelten dann als Notfälle. Genauso wie Tiere aus einer Sicherstellung. Sie werden von der Polizei oder der Feuerwehr ins Tierheim gebracht, wenn zum Beispiel ihr Besitzer gestorben ist. Viele Menschen sehen sich aber auch nicht mehr in der Lage dazu, ihr Haustier zu versorgen und möchten es im Heim abgeben. Oft ist aber für diese Tiere gar kein Platz mehr da. Was passiert dann mit den Hunden, die ihr nicht aufnehmen könnt? Manchmal drohen die Leute, dass sie die Hunde dann irgendwo aussetzen. Das wollen wir dann doch auch vermeiden und gucken dann, wie wir doch noch Platz schaffen können. Aber ansonsten schreien wir die Leute einfach auf eine Warteliste. Einfach im Wald ausgesetzt wurde zum Beispiel Nelson hier. Bei ihm müssen wir vorsichtig sein, denn da er uns nicht kennt, könnte er verunsichert werden und nach uns schnappen. Nelson! Deswegen kommt er erstmal in den Nebenzwinger. Clever! Für Nelson und für alle anderen Bewohner gilt, sie sollen im besten Fall nicht lange im Tierheim bleiben, sondern so schnell wie möglich einen neuen Besitzer finden. Wie hoch stehen die Chancen, dass Nelson ein neues Zuhause findet? Das ist natürlich immer schwierig mit verhaltensauffälligen Hunden. Es braucht da einfach die richtigen Menschen für. Wir haben hier auch schon Hunde, die wohnen schon seit fünf Jahren hier. Wir hoffen natürlich sehr, dass die noch vermittelt werden. Allerdings fünf Jahre, das ist schon eine lange Zeit für einen Hund, dass ein halbes Hundeleben einfach. Während der Corona-Pandemie konnte das Tierheim zunächst besonders viele Tiere an neue Besitzer vermitteln. Der Wunsch, sich abzulenken oder nicht allein zu sein, brachte während der Pandemie nämlich viele Menschen dazu, ein Haustier zu adoptieren. Als die Zeit von Homeschooling und Homeoffice aber wieder vorbei war und alle wieder jeden Tag zur Arbeit oder in die Schule mussten, wussten viele nicht mehr, wie sie Alltag und Haustier vereinbaren sollten. Und bei einigen ließ auch das Interesse an den Haustieren nach. Tierpflegerin Elke erzählt mir, was während der Pandemie hier im Tierheim los war. Sie arbeitet schon seit 20 Jahren hier und versorgt die Katzen. Katzen und Katzenbabys gibt es hier im Moment sehr viele. Oh, kleine schwarze Flauschis. Wie hat sich denn eigentlich die Corona-Pandemie hier auf das Tierheim ausgewirkt? Am Anfang war es halt wirklich so, die Anfrage ist gigantisch gestiegen. Corona fing an und es waren so vier- bis fünffache Anfragen für Tiere, weil jeder wollte ein Haustier haben, weil jeder fühlte sich allein zu Hause. Und in dem Moment, wo die ersten Urlaube wieder ins Ausland konnten, da fing es schon an, dass wieder Tiere ins Tierheim kamen. Bei den Hunden hatten wir teilweise bis zu acht Anfragen pro Tag für eine Abgabe. Und das kann kein Tierheim stemmen. Also in der Corona-Pandemie war es so, dadurch, dass alle zu Hause bleiben mussten, haben die euch hier quasi die Bude eingerannt, wollten alle Tiere haben. Und als man dann wieder in Urlaub fahren durfte und so weiter, kamen ganz, ganz viele Tiere wieder zu euch zurück. Ja, also ich habe normalerweise eine Aufnahmekapazität von 45 bis 65 Katzen und ich hatte da nicht über 100 Katzen in den Gehegen. Und dann saßen die halt wirklich so eng, das war halt nicht mehr schön. Und wir mussten dann wirklich auch der Feuerwehr sagen, wir können nichts aufnehmen, es tut uns leid, aber wir wissen nicht mehr, wohin. Um zu verhindern, dass sich die Katzen weiter vermehren, wird jede Katze von einer Tierärztin kastriert. Viele Tiere müssen auch Medikamente nehmen oder operiert werden. Und das ist ziemlich teuer. Das ist halt wirklich auch ein Kostenfaktor, der uns richtig Sorgen bereitet. Das hat sich gut und gerne schon verdoppelt. Das Geld, um die Tiere zu versorgen, bekommen Tierheime aus unterschiedlichen Quellen. Ein Teil bekommen sie von der Stadt. Im Gegenzug sind sie verpflichtet, die Fundtiere aufzunehmen und zu versorgen. Wenn Menschen ein Tier im Tierheim abgeben oder eines vermittelt bekommen, müssen sie eine Gebühr bezahlen. Weitere Einnahmen kommen über Mitgliedsbeiträge. Das meiste Geld nehmen viele Tierheime allerdings durch Spenden ein. Doch weil die Lage aktuell so dramatisch ist, haben viele Tierheime in einem Brief an die Bundesregierung unter anderem mehr finanzielle Unterstützung gefordert. Ein Adventsbasar soll die Kasse des Tierheims in Köln-Zollstock noch ein wenig auffüllen. Gemeinsam mit Tilda, Maja und Lale backen wir Hundeplätzchen, die dort verkauft werden sollen. Die drei gehören zur Kindergruppe des Tierheims. Bei ihren Treffen erklärt Leonie den Mädels normalerweise, wie die Tiere versorgt, gefüttert und betreut werden. Was würdet ihr sagen, worauf sollte man achten, wenn man sich ein Haustier holt? Was ist wichtig? Es ist sozusagen wie so ein kleines Baby. Du musst es füttern, du musst, sag ich mal, dem helfen, manchmal auf Klo zu gehen und alles und ja. Es ist eben auch Arbeit, nicht nur Kuschelei, ne? Und dass man halt auch die Tiere nicht so wie Gegenstände behandelt, dass man zum Beispiel die nicht die ganze Zeit auf den Arm nimmt, wenn die nicht mehr wollen. Ja, also es ist ja das Gleiche beim Menschen. Ich würde doch niemanden zwingen, mich zu umarmen, wenn er nicht will. Kurz vor Weihnachten interessieren sich wieder viele Menschen für ein Tier als Weihnachtsgeschenk. Aber da macht das Tierheim nicht mit. Jetzt sind die Tierheime ja total überfüllt und trotzdem vermittelt ihr keine Tiere an Weihnachten, ne? Nee. Warum nicht? Da das Risiko einfach zu hoch ist, dass die Tiere nach Weihnachten wieder zurückkommen. Also, dass die Entscheidung einfach nicht überlegt ist und um halt eben sicher zu gehen, dass die wirklich längerfristig dann vermittelt bleiben, lassen wir das an Weihnachten einfach bleiben. Ein eigenes Haustier sollte eine gut durchdachte Entscheidung sein. Und wer gern Zeit mit Tieren verbringt, hat auch andere Möglichkeiten dazu. Zum Beispiel könnt ihr eine Tierpatenschaft übernehmen. Das gespendete Geld hilft den Tierheimen und gemeinsam mit euren Eltern könnt ihr die Tiere auch besuchen. In manchen Tierheimen könnt ihr außerdem Katzen vorlesen, richtig gehört, und ihnen so Gesellschaft leisten. Oder ihr pflegt ab und zu ein Haustier von Freunden, zum Beispiel wenn die im Urlaub sind. Muppets, und für dich ist jetzt schon Weihnacht mit unseren selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen. Guten Appetit! So ein Haustier, das gehört natürlich nicht auf eine Weihnachtswunschliste, wissen wir jetzt. Aber mich würde mal interessieren, wie sieht das bei euch aus? Könntet ihr euch auch vorstellen, ja, du kriegst ja noch eins, ein Haustier zu versorgen? Und wenn ja, welches wäre das denn? Schreibt mir das doch mal auf 9einhalb.de und schaut auch gern mal auf unserer 9einhalb-Seite in der ARD-Mediathek vorbei. Da gibt es noch mehr Folgen, aber keine Hundekekse. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.